Jo, herzlich willkommen zurück bei SSNsquid Syndicate. Und wir haben heute eine Fallanmission. Äh... Das ist auch nicht, oder was ist das? War das nichts? Ist doch eine Mission, doch. Äh, jetzt ist sie da. Äh? Ah, jetzt. Pocky. Das ist ganz wundervoll, was sie für uns Kinder getan haben. Willst du damit sagen, dass ich ein Held bin? Wir gaben alles, was wir konnten, um unsere Dankbarkeit zu zeigen. Danke, Clara. Ja. Ja, das war eine super Mission. Kurz und bündig. Ha, ha, ha. Ah. Ach Gott, oh Gott. Hätte sich alle nur noch Angst haben zu sagen. So, jetzt haben wir hier alles komplett leer gefickt. Alles leer gefickt. Mal schauen, dann noch immer. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ist das mal immer noch gar die Fristen rummacht? Ja, vielleicht kommt noch irgendetwas, oder ich sehe es nicht, ich weiß nicht. Aber da eine Flasche, die könnten wir noch holen. Eine Flasche Bier. Und da ist mir so eine böse Bumbein. Mal Luft ab und da. Jetzt sollte ein bisschen mehr wie nur mal abstecken. Oh, da weiß ich nicht. Oh, da auch nicht. So kann man diese Bierleck auch genommen werden. Vollendet. Ein Fake-Reitspant. Moks-Nun. Drei. Moks-Nun. 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 Und das schon der Cheik kommt. Oh, da kommt noch vier. Oh, da ist noch mal von mir drauf. Oh, da ist noch vier. Na, da war's. Da war's. Da war's. Ja, da bin ich nicht. gemacht. Jetzt haben wir da auch zurückbringen und hier geht etwas. No, fuck you! Oh, du bist blöd wie eine Sau! Ich tue jetzt auch, was jetzt? No, mal jemand! Das ist doch einfach, die Herrlichkeit! Nein, kann man nicht. Oh, so lange wir unterbinden. Jetzt geht's fast. Ja, ja, jubi! Ja, ja, jubi! Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. So! Ganz genau! Ganz genau! Ich sag's das! Wenn ich da bin, dann komm, wenn willst du dir los! Nein! Komm schon! Bewegung! Na los! Los! Schneller! Ja! Da drüben wir doch noch, oder? Bewegung! OK! Ja! Komm schon! Ohoho! Hat es dich in der Luft zerrissen. Ja, wir heiert jetzt nicht. Hopp, klar. Gutes Mädchen. Ruhig, ruhig. So ist's recht. Oh. Weiter! Nicht, warum nicht? So, haben wir da auch. Und steig mal auf in der Bromische Eino-Getter. In der Rückseite ist der letzte Mal eine Bromische Eino-Getter. Oh, jetzt sind wir jetzt die Tonne wie Sockerzimt auflassen. Öööööööööö, wie? Mhm, mhm. Ja, wir sollten jetzt mal hier ein bisschen bleiben. Ich habe es nicht vergessen. Ich muss da auch nicht weitermachen. Was haben wir hier? 8. 9, 9, dann 4, ja. Warte jetzt, nein, dann machen wir das anders. Dann können wir... So. Das sind noch die Sachen, die dazugekommen sind. Äh, nein, dann machen wir den Zug weiter, würde ich sagen. Jetzt haben wir ja noch... ...Aufgaben, um zu erfüllen. Dann machen wir schon weiter. ... 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